Wir sind jetzt live. Wir warten jetzt, äh, seid ordentlich. Wir warten jetzt noch auf die ersten Leute und dann kann es auch schon losgehen. Auf die ersten Leute warten wir jetzt erstmal. Ich hab, ich hab Live-Chat an. Mir wird der Chat angezeigt. Ich hab die KI diesmal ein bisschen leiser gemacht. So, also gut. Dann warten wir jetzt ein paar Minuten auf die ersten Leute. Dann warten wir jetzt ein paar Minuten auf die ersten Leute. Vielleicht reinwandern. Vier Leute sehen direkt zu. Stark. Und ich bin auch noch dabei. Ich bin's. Ja, geil. Wir warten auf den fünften Zuschauern. Dann starten wir durch. Okay, ich mach schon mal. Leute, wir spielen nochmal YouTuber Tycoon Teil 3, weil, naja, einige wollten das. Also. Ich mach mal einen Stuhl, ne? Ich mach jetzt nicht den Stuhl. Du, der quietscht so komisch. Dann kannst du da aber irgendwie so einen lustigen Remix daraus machen. Ich bin's schon, Alter. Remix. Bro. YouTuber Tycoon 3. Ach, Digga, nee. Entweder ich find das nicht, oder ich bin zu dumm, um hier was zu finden. Ach, ich guck mal auch. Na, ich guck jetzt einfach bei Tycoon 2. Hm, mal sehen. Oder warte mal, was ist Skybox? Ich glaub, die YouTuber Tycoon 2 gibt's nicht mehr. Wie findest du meine Zeichnung? Wie findest du meine Zeichnung? Welche Zeichnung, hä? Ich guck mal kurz. Falls ihr ja kurz hier dieses Knacken hört. Ähm. Wir alle sind grad am Fressen. Gregory is sus? Nee, das war's nicht. Wer will mitspielen? Auch nicht. Ach, da! Äh. Hä, voll gut. Der Foxy. Also, ich könnte nicht so gut Foxy malen, wenn ich ehrlich sein soll. Schick mal Bild, ja? Ah, später. Oder eher gesagt, Video. Okay. Nach streamen dann wahrscheinlich den... Hey, la Skybox, Skybox spielen. Was ist das? Ähm. Ach so, sowas wie Skyblock, bloß das wir alle miteinander. Leute, übrigens, ich mag, bin grad auf Maul und Keyboard. Also, ich sag nur eins, ich hab die Power von Johnny. Hexen-Power. Du hast ne Hexen-Power. Ich hab' meinen Sturm, dann hätt' die ganze Zeit quietschen. Oh, drei Leute sehen zu. oder warum dauert das gerade so lang warte matte ich habe eine waffe kann ich kann ich nicht jetzt selber kannst du mich grüßen heiße drachen ich kann dich selbst grüßen ja kann ich ich habe ein einkommen ich habe einen raketenwerker dabei oh bruder bei mir leckt alles ich habe einen rotfunkgewerken ich wollte noch kommen ich okay was soll es als nächstes mal zeichen ich gebe dir jetzt mal was ganz schweres gut gemacht also versuch mal bitte versuch mal bitte möglichst wenn man schnell golden für die golden für die wäsche rechner ist oder golden für die würde ich feiern golden für die wir auch noch irgendwie sanggoku ja so mach mal und gold versuch versuch mal versuch mal golden freddy zu zeichnen der gegen son goku in ultran stin kämpf wenn du nicht weiß wie das aussieht gibt einfach ein son goku in trance denkt dann siehst du es scheiße also sag mal also ähm zeichne also die aufgabe ist jetzt zeichne golden freddy und son goku in ultran stin kämpf ähm die gegeneinander kämpfen ja fnf gegen dragon ball übrigens leute dass er einfach heute mein zellster moment ähm hier der der ersteller von dragon ball ist gestorben alle 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 bei alle hier hihihi hihihi ich baue mich mal davon zum lamborghini hin lamborghini lamborghini warte lass mich den zum original lambo machen geht das überhaupt warte ja man kann noch nie mal fahren der hand kurz runter steigt aus wie junge ob er hat noch alle sachen ja aber ich glaube holz wird voll die mangelware am besten steinbauer was war das denn hallo könnte noch reden ich glaube bambuswLAN mitgebracht 3000 gold meine einstellungen meine tasten belegung beim bau das geht damals in der wand boden war so das war x falle war y das ist richtig anwenden so endlich jetzt ist das wie auf meinem anderen akk auf meinem richtigen account wenn ich da auf maus und keyboard spielt nur weil ich einmal bacon gegessen habe gerade fünf zuschauer geil nur weil ich einmal bacon gegessen habe und der so fettig ist weil ich da ein bisschen was rangemacht hat angewürzt schon ist meine ganze maus voll gefettet alter natürlich keine tote maus ja besser so die und dann ist es schon der voll der stalker ist oder der guckst und fettig ausgarten ausgaben da brauche ich guck mal was ich dabei hab laut die hat man nur ein roh jetzt genug mobbing alter ja bruder Hallo Juhu Du hast angefallen! Warte, was? Hä? Warum ich immer? Komm, hier in dem... Bro! Der Pit! Scheiße Bro! Fühlt jemand nen grauen Hammer? Ja, den hat ist selber der Hammer Bro Ich hab ja trotzdem, bro, Alter Mein Rekord an Aufrufen sind fast 800 Mein Rekord an Aufrufen sind fast 800 Ich guck mal mein Rekord Mein Rekord bei Mein Rekord bei Mein Rekord ist bei einem Short Und dieses Short hat Ähm Das Short hat Stabile 18.765 Aufrufe 18.765 Geile Sau Oder Ich hab mich extra jetzt hier zu diesem Ich hab mich jetzt extra hier zu diesem Dings gebaut Ähm Und was kam, war ja halt gar nix Da ich dachte, da ist was krasses dabei war da gar nix Bro Zombies Chillt mal, ja? Ich will mal Ich will da hin Junge, warum genau jetzt? Ich mach den Lambo jetzt zum original Lambo Geht weg, Monster Junge Junge Die werfen, äh, hier so, guck mal bitte Die denken auch, die werden irgendwie Touren auf dieses Feld Schon wieder Ähm Sonstige Spawner Was möchte ich ein Ultrainstink, Leute? Woh, ich kann ihn nicht schicken Nein Piu Insel zu Insel Die Toilette Von Skibe die Toilette Piu Tich Die damit wollen die noch machen Oha Juff Die mit der Faszin starb wie mein Opa damals Leute, ratet mal, was damals Opis kleine Buller waren. Minigun. Oh, Minigun in der Mitte. In der Mitte ist eine Minigun gespawnt. Welche Farbe? Ähm, ne, grau. Ich hab auch grau. Lass ihn in Ruhe. ich bin einfach ruhig beim Sing nein nein da wird auf dem Minigern ausgevollen Junge ich hab keine Muni mehr was ist der Wolf nur so denkt kein Bock Junge ey du bist einfach dieser eine Typ von Clash of Clans dieser Typ dieser Schweinereiter einfach nur auf dem Wolf Börder ja Ich hab keine Schmalspur Ok Leute, wo müssen wir als nächstes hin? denkt an leute die sind zu kisten wo man gold bekommen wo man die öffnen nicht vergessen gerade auch verordnet ok alter bei mir ist so ein eis zu lief wir könnten wenn das der einzige richtige zuschauer ist hey leute wir machen übrigens community games und zwar die wir laden ein paar leute ein einfach ihr dürft mich als freund hinzufügen also ich ihr schreibt eure namen in den live chat ich fühle euch als freund hinzu und dann machen wir klitzeklein skin contest ich bin ich bin ich sag dann hier das thema an und hier um was es geht oder oder vielleicht machen wir auch ein heiden zieht und ich muss auch dass hier niemand faxen macht also leute hier noch ein custom gewaltt in der mitte ist ein dino lasst mich den reiten dino war deine shop ich hab ihn stopp waa bei ihnen so er hat mein buttergum als waffe mein dino mein buttergum so geht das so da nein dino ne der ist gerade am schlafen was ist das was ist das und nein der ist nicht ko also würde mich nicht wundern wenn irgendein freund auf den fuß drauf treten würde ich bin gerade ich bin gerade hier so da kann man sich irgendwas kaufen kann man sich richtig viel sagt mein buttergum ist so ich hole mir das und das ich kann man die wochen upgraden ein buttergum ein buttergum ein kaka kann ich dann bei boku kam er bei der zeichnung ja kannst du machen kam er ja was ist ich komme gerade richtig viel hat jemand die neue die antwort auf deine frage lautet nein ich bringe jetzt mal runter und mir denkst du wenn man kann man kann sie auch hier verkaufen glaube ich nie doch wenn dann kannst du dir ja auch verkaufen wir haben heute ich habe dadurch viel hier steht uns macht ja für arme auf themo gestellt wo hat das thema nur nicht und ich dachte ich habe psychos das kommt in seinen Mund ich bin jetzt wirklich der von clasher aber doch ich gehe gleich zum japanischen ich bin der von clasher fläten ich bin der von clasher fläten ich bin der von clasher fläten ich hab nightmare mode an ja ne so komisch aus irgendeinem komischen Grund hat mein Schwein nur zu Papier ich bin der Schweinereiter naaa ich reite auf Edgar nein der Dino da ist runtergefallen der Dino getötet Wut's... Dadaadaadaadaadaada. Easy peasy. BAM! ja du kannst können wir haben bei der Zeichnung von ich weiß ja ich sag jetzt mal ja ich weiß nicht so ein Kasin ist spät aber ich kann nicht so auf den Live-Chat gerade achten sorry hey ich achte doch auf den Live-Chat ja ich achte auch ab und zu auf den Live-Chat ja ok mach das ich hab jetzt die echte im Kasin in blau haaa nee haaaaaaah wir sind in Lidl niemand hat hier zu sagen und dann diese eine Zuschauer hat der Bier getrunken Leute ich hab mich grad zu ich hab mich jetzt zum Portal rüber gebaut krass Junge jetzt bin ich jetzt bin ich hier bei so einem komischen japanischen warte auf mich ich will auch nach Japan ich will auch zu Sensei Fools Tempel ja einfach die sind einfach diese Kirschblüten Wolle von Minecraft ich frag mich woher kommen die überhaupt hier ist nirgends wo was außer die auf Minecraft oooooh was ist das hä was ist das ich kann man Sachen ausdrücken den 9 Trials u und noch verschiedene MAPS ach so das sind sozusagen ähm die Ergebnisse wenn man was ach stimmt das sind die Erfolge die man machen kann du denkst du wirklich nur an den da kann das sein ich mag Zügel du 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 ich baue ich baue mich jetzt bis zum Schneebio umdrehen du kannst mir kein Arschbohrer verpassen aber ich kann den Raketenbohrer verpassen du 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 Ihr kleinen Spänzer, Alter. Du hast deinen. Bro. Ah, sicher. Das war ein Arschbuch. Oh, mein Gott, was ist denn? Zwei gleichzeitig. Komm, komm. Geil, zwei gleichzeitig. So kleiner, dreckiger No-Skin. Nichts gegen No-Skins, aber dieser No-Skin ist dreckig. Der No-Skin ist nicht mehr ganz sauber. Nein, das... Der hat gesagt, er will den Arschbohrer richtig tief. Nee, will ich nicht. Hat der mir geflüstert? Der mag Arschbohrer. Jo, er ist so ein Möchtegern-Fohrer wahrscheinlich. Inu! Inu! Auf! Gott, was. 규ör? so ist es auch nicht in der Kanzlerin und die Nusserung in den Dingen in den Dornen die Nürnberg ich baue mich ins als Biom die Hose auf dem Ding in den Dornen Nürnberg in Dornen in Dorni was gibt es nicht es ist wieder nur so eine Scheißbank wo man gefühlt nichts kriegt er war doch nicht hier gibt es einen Tresor übertreibt halt komplett für den Tresor um den freizuschalten braucht man 100.000 Gold anders gesagt eine Niere nein du fährst mich nicht um du Drecksack Bray Freddy es ist sogar passiert nein Alter Leute ich baue mich da oben hin da gibt es noch mal so eine Waffenkammer warte auf mich nö hi wohnung wie schön geht oi fahrtiger Bruder ich dachte du willst den Spiel nicht beleidigen oder komische Sachen sagen Leute ich baue kommen wir bauen uns jetzt zum nix her sorry ich dachte du wärst Lennart hey wechsel Einfach was los ein 0 ein 5 so guck dich mal zu mir du kennst den plan ohne falle lass das er mag das nicht sonst wird er glaub ich tun was sei gottloser m m m m ich bin ich bin ein ich bin ein erster aus n lass mich das war ohne rum die tieren auf nach lennart so ein du bist ein der so schwul ist dass er noch mir keine arschwasser trinkt 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 und aufgrund des gleichzeit sogar noch stets mara 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 Ja, Bruder, ich wollte es da hin platzieren. Auf einmal kickt der mich so. Und auf einmal werde ich so nach vorne geboostet. Wollte es platzieren. Und dann fliegt es aus Versehen dahin. Alter, ist es mit euch zwei... Mit euch zwei ist das einfach zu Mäuse. Jetzt muss ich noch mal ein Jump-Hit kaufen, ey. Alter, diese Dödel. Wie viel das Jump-Hit gekostet hat? 400. 60. Er ist ja auch bei mir, aber trotzdem ist Fakt ab. Alter, aufhören. Das ist ein Drecksack von seinem Verhalten. Wollte jetzt noch mal vernünftig spielen. Wir sind ein Team und keine Vollidioten. Ah! Tschüss, komm nicht wieder! Nur weil ich keine Metz mehr halt hatte. Alter, leck doch meine... Ich habe mich irgendwie... Hallo, ist das irgendwie unsichtbar? Muss ich hier etwas machen? Gottlos. Was du machen musst, ist Gottlos sein. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Oh... Oh! auch als er nicht und das doch mal uns und mich und den armen Lennart in Aua Ich war hier. Kumpels. Oh, boah, Kickenbunner. Ob du mitspielen darfst? Du kannst... Ja, kannst du gerne. Du darfst bei unseren Casting-Games mitmachen. Na hier, Flexi, aber müssen wir gucken, weil ich hab mich beim letzten Mal bei dir ja doppelt gehört. Deswegen. Ja, er hat sich... Digga! Tellt! Er hat sich ein Hötzelt, aber aus Bambus. Das ist immer so gottlos, wie wir uns gegenseitig machen. Die kleine Vollidioten runterbauen und ruperschießen. Sechs Zuschauer, ja. Geil. Stark. Bro, so geht das. Warte. Wann? Lennart macht mir einfach nach. Oh, oh, nein. Oh, da ist er so. Da fährt er sich an. Ich bin schon. Sie? NOOOOO! Droh! NOOOOO! Weil du dumm bist. Was ist das? Ey! Hallo Aschmasomare! Hallo! Nein! Nein, ich hab' dich getroffen! Ich hab' direkt in der Hunde verloren! Das liegt nicht! Ins Knie rein! Ja! Hm! Lecker! Haha! Tschüss! Ich hab' selber gekriegt! Tschüss! Okay, jetzt machen wir Frieden! Lass mich! Waaah! Ist das so'n scheiße! Gottlos ist ein Mäd, ich je hatte! Gott los! Geil! Nen, da denkt sich auch nur so! Gottlos ist mein zweiter Vorname! Hahaha! Was ist mit dem Himmel? Okay, jetzt lass mal wirklich nicht runter bauen. Leute, da ist ein goldener Zombie! Lass ihn mal aufessen! Aaaaaah! Bitte nicht runterschießen! Nicht eins, moins! Lunge! Digga, darf er so nicht! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! Aaaaaah! 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 Ach, Spaß, aber Raguya! Wie ein Schlauer Trick, Kapi! Hat ja sehr gut geklappt! Mach dich doch mal in Ruhe! Ich hab nur 37 AP-B-Leut! Ich frage dich auf! Aaaaaah! 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 Jaaa! Ich hab ihn so oft genommen! Aaaaaah! Das war nicht! Ich mach ja ohne Reverse Garten! Aaaaaah! Aaaaaah! Nein, Schwarz! Ich hab ihn hingeschossen! Pudi! Bruder, wie ich den Weg eingebaut hab, ne? Aaaaaah! 와 fliehtgleckig! Ich, Sie und ich, im Live-Chats,ISE Даже os donc Genau, kein Beispiel! Das ist Jeg terminals! Kann ich verein unsmas- Ich bin neugierig! Na HRD, der emoti pelnet favour 여aglin 1948 Ryndi,� Bern economists beim Cannes ja klar, ja, ich glaube, wenn sie dargestellt ja, wenigstens habe keinen Typ, der Alles eine ganze Zeit mit unterwürft ich hasse dich über alles ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich so jetzt sind wir quit und jetzt hör mal auf damit schluss warte ich helfe nee warte aus mit versuchen zu treffen warte mal aus zu bühnen in den Kopf langsam zu warte was ist bei Till los alter ja ne hä Till? Leute Till hat eine Sprachnachricht geschickt wir hören uns mal was er zu sagen hat Leute ach so ach so ah ja der ganze Hund hätte den die ganze Zeit runter schubsen können aber weil ich Ehe habe im Gegensatz zu dir habe ich es nicht getan Bruno was habe ich euch allen getan dass ihr mich immer runter schutzt gar nichts macht voll Spaß weg mit uns weg mit uns das ist ich das ist schiebte es erst mal nicht mehr runter und du mich nicht okay oder ich fall runter hallo da unten doch mal auf hä bei mir kam gerade was bei mir kam gerade was mein gott bei mir auch irgendein Geräusch ja bei mir auch so als würde ich fort nicht gerade sagen du bist so ein gottloser Hund 6 leute sind zu geil geil 96 leute 6 leute Prozent wirken wir haben die da ich bin ich das zweite Teil kommt übrigens gleich wieder er hat gerade einmal sein Bauswähler so ein Bambuswähler genau sein Bambuswähler ist ein Bambuswähler das hier gibt ja so viel Sinn weiß ich ja wie schon immer Alter ich hab den einen ich hab von der ersten Bankinsel den ganzen Versorgung holt die ist langweilig ich hab den 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 ich jetzt ein aber du kannst uns nur über live chat leider hören äh aber ich hab den ich hab den ich hab den ich hab den know ich hab die ich hab den wenn ich jetzt wenn ichロ Kopf f velkommen trafen ich Snapdragon mit driediz muss man sein ich hab drei Lillow-Special-Eyes kann man das hier auch irgendwie upgraden? weil ich will nicht einfach mehrere Biome erkunden glaube ich ich hab den Eierwerfer du hast aber keine Eier nein die sind Oster-Eierwerfer trotzdem hast du keine Eier ich verkaufe jetzt alle und Flexi rein? der ist ja schon drin in der Lobby aber warte mal ich geh mal kurz Spiel-Chat da ist er nicht kein Stück an antworten da ist er getritten ich hab ein Jump-Head ähm warte ich platziert mal worüber hätte ich sie jetzt platziert dann wär dann wär das schon wieder ein Jump-Head weg Alter wenn ich es jetzt passiert wenn ich es jetzt gemacht hätte dann wär das wieder ein Jump-Head weg Alter ich schwör dir hör auf hör auf oder ich sag hör auf oder ich sage etwas was willst du denn sagen dass du keine Eier hast? ich sage was ganz ganz Schlimmes Alter unkleide Pin ich weiß nicht Flexi war das das war nicht Flexi und hier soll ich wirklich auf ja Jump-Head komm Flexi ich gönn ich gönn hier mein Jump-Head äh sein Spiel hängt K München auf Ehre weil ich bin einfach reicher als du Lennart bis mal Spuh hä was für ich baue mich grad zur nächsten Waffeninsel ich bin jetzt im Eisbillon nehmich Digga wie blau weiß wollen die es noch sehen diesen Schalker wie korrekt ich erlöse mich selber runter ah geil ja Flexi ist glaube ich gedisconnected perfekt wer jetzt nicht ja und ich hab ihn 15k Münzen geschenkt krass 15k so wenig also ich hab zwar jetzt nicht äh verschenkt aber ich hab äh wie viel ähm wie viel Münzen hast du denn eventer äh nur noch 21.000 ich hab 57.000 und ich baue mich da gerade zur nächsten Waffen Dings hin in New York Bro okay ich hab verstanden hier macht viel Schaden hier macht viel Schaden hier gibt es fallen und es gibt hier das gibt es ich hab dich aus dem wohnen ja gar was für ich bin immer noch da aber diese eine Brücke mhm wahrscheinlich achten wir so wenig zu schauen so ein komischen müll spielen ist so also wird mich nicht wundern ne weil wer guckt schon so müll eigentlich ich glaub wir spielen gleich mal was anderes wir haben einen Bälle-Royal oder so ne du kleiner du kleiner du kleiner ich wär fast einfach geradeaus gelaufen einer sieht zu komm lass Lobby gehen ein nur noch einer sieht zu entweder die müssen alle pennen oder ja keiner hat Bock auf das Spiel was wir spielen ach digi 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 wollen wir halt den Sieg machen? äh ne es sind zu wenig Leute die dafür stimmt kacke ah doch es ist wieder einer dazu gekommen bestimmt vielleicht sie kommt so das wär jetzt geil weil ein Sieg dann machen wir da Krieg mhm mhm war nur bisschen laut schießt schießt nur ein bisschen äh ich bin gleich wieder da äh ich bin schon mal wieder los ich bin also die Ja, bin wieder da, ne? Ja, ey, mach mal bereit, wir beide, äh, ich hab Boxfett reingemacht, wir beide gegen zwei andere. Oh, ne, ja, ist aber geil, alter Till ist online, aber er kommt nicht rein, ey, das ist doch einfach zum, mach bereit, doch, das ist mal Red vs. Blue, ne, wir machen das. Hi, überhaupt noch nicht, ich fresse irgendwas. Oder Battle Royale. Ey, lass verrücktes Rot gegen Blau spielen. Ja, letztes Mal Privatspielen, komm. Wer besser ist? Nö, kein Bock. Ey, aber lass so machen, wenn wir nicht in ein Team sind, lass einfach Teaming machen. Mhm. Dann geht's gottlos. Ey, Leute, ich lad noch ein ein. Flexi, hast du Bock mitzuspielen? Wenn du überhaupt noch drin bist? Jo, einfach gratis, das ist die Neufähigkeit, Neufähigkeit einfach gratis hier. Ja, aber ich habe Warteschlange. Ja, aber Flexi schreibt, ja, aber ich habe Warteschlange. Ja, war bei mir heute auch. Ey, ich habe wieder jemanden eingeladen. Ey, Lennart, warte mal, was ich gerade fresse. Mach's sonst. Ja, ne. Haribo Superboot. 80er. Ey, ich versuche jetzt, äh, ein Kill zu machen, nur mit, äh, Blitz. Nein, ich mach keine Werbung. Da gibt's hier die neue Fähigkeit. Die gibt's, die gibt's da. Warte. Die gibt's ganz rechts. Ganz hinten rechts. Ich bin... Was bist'n du? Rot. Was? Bist du nicht rot? Hier. Der ist ja wirklich rot, ich bin Team Blau. 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 Bist du halt? Warte. Was? Bist du? Liebe Blau. Oh, Scheiße. Dann verlass' doch nochmal und komm' wieder rein. Ich will mit dir in einem Team. Oh, ich krieg' auf einmal soviel Levelaufschiege, ne? Ich will die hier nicht mal zählen. Ich will die hier nicht mal zählen. Oh, ich hab da so viel flexi. sie mich bitte nicht abschießen ja ich finde ich kann man muss gepatcht werden ein hab ich einer ist los ein noch alt wo es leckt alles Nein! baum bau und mit einem gewehr eliminiert dafür so gibt es ja auch die flügel fähigkeit ja wo gibt es die ja 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 ein flexi welches sie überhaupt beigetreten flexi wenn ihr beitreten kannst dann tritt mal bei er kann nicht beitreten es und die Paluten und Hase zocken mit dem Beat von Nexel aber Wollen wir Fortnite-Lego oder was wollen wir zocken, Alter? Ich weiß nicht, ey, Leute, entscheidet mal, was sollen wir zocken? Ähm, Battle Royale 1 und Fortnite-Lego 2 Nee, warte, Leute, Battle Royale 1 Fortnite-Lego 2 oder 2 gegen 2 oder YouTuber Tycoon 3 also Teil 3, äh, Nummer 3 Letztlich schreibt Lego Ja, okay, wir warten noch auf den anderen oder die andere Ach, Scheiße Ich wäre auch für Lego Dann im Fortnite-Lego Dann im Fortnite-Lego Das ist nichts gegen NoStins, aber irgendwie sehen NoStins in Fortnite-Lego voll komisch aus Wie spiel's? Riesu Der Stream war ganz anders geplant Oder warum will Till jetzt irgendwie nicht mehr reinkommen? Ruf den Mann Ruf den Mann an Nee, ist nur ein 30er Ey, Leute, ich kann einen Money in Wader holen Ja, er meint so'n Bot Gott Weil der meint so'n Bot Wenn der überhaupt annimmt Money in Wader Bro, wie sieht Hüftzwung in Lego aus? Bro, wie sieht Hüftzwung in Lego aus? Doch kein Hüftzwung mehr Ha-ha, dein angeblicher Renegade tretet nicht bei Biu Bot Der heißt irgendwas mit Boteln Unterstrich irgendwas Tilde zu Ich spiel kein Tilde zu, nur was Hacker-Tycoon? Ja, Hacker-Tycoon wär was Mh, okay, dann Hacker-Tycoon Macht bereit Nur aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehr im Chat schreiben Willkommen im Live-Chat bedachter Auf den Schutz deiner Privatsphäre Ich hoffe, ein paar Leute treten noch bei Lass mal Hacker-Tycoon mal live spielen Ey, Leute, könnt ihr mir mal sagen, von wo dieser Skin hier ist? Der hier? Weil der Sieht ein bisschen für mich aus wie Avatar Ja, ich soll Ja, ich soll Ein bisschen Avatar Vielleicht ist es ja Ein mächtigen Avatar Und das ist so ein Avatar von Playstation So ein Playstation Ich bin zwar kein Hacker, aber ich bin ein Räuber Oh, was ich Flixchen nur so denke Junge, ich wollte Lego Und kein Tilde kuchen Oh, was ist das wirklich so, ne? Was ist das wirklich so, ne? Hunger! Halt's mal Oh, jemand Neues ist dazu gekommen Let's go! Bitte bleibt drin, bitte, bitte, bitte Bitte, bitte Wir spielen nur als Hacker-Tycoon Der ist richtig geil, sag ich dir Äh, ich hab den auf jeden Fall noch nie gespielt Oh, man, der hat direkt wieder verlassen Ähm, und direkt der Nägel Genau jetzt tritt dieser Renegatorin Renegator, Renegator ist beigetreten Renegator, Renegator Ey, ich kann nicht mehr bereit machen Okay, dann komm ich gleich nochmal Lobby. Lexi hat mir geflüstert, er hat nur Bock auf Fortnite Lego. Warte, wie soll das denn gehen? Jetzt kann ich wieder bereit machen. Ja okay, ich komm Lobby. Flexi, komm raus aus dem Tycoon. Das ist ja Flexi von Cayman und Flexi. Schnell, bevor die Hütte abbrennt. Reiß die Hütte ab. Schalala. Leute ich komm gleich wieder, ich hol mir was zu futtern. Ich brauch mal wieder Kohldampf. Bis gleich. Ich hab auch gerade Kohldampf. Bis gleich Leute. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich! Wie setz dich raus? Oh Drive cox doch doch! Wenn das funktioniert ... ... Dann sting ich auch rein, warte i Tage mal rein,... Sie können... Ja! flexi komm mal raus ein zuschauer noch ja ich mache gerade was ja du zählst nicht du bist beim live dabei so flexi jetzt mal bereit ich hab ich hab jetzt einfach unseren dream auf meinen status gemacht kommt gerne rein im youtube stream mit mir und ein freund wer wo habe ich geschrieben status ich hab den linken status gemacht im stream jo flexi neun abonnenten zwei abonnenten dazu bekommen geil ich hab immer noch irgendwie fünf abonnenten ja der übrigen sich erst grad neust aber bitte ein bisschen weniger schmatzen ja ach so wenn vom schmatzen geht man schmatzt verstanden verstanden ja ich muss abgestürzt an und da muss endlich ein flexi hat vor acht stunden noch nie müssen video gelangen also ich habe kein ton von ihnen gehört ja ich bin spielschritt gewandt m k k k k das zum Schluss an nach dem Livestream noch irgendjemand oder irgendetwas grüßen irgendetwas dann deutsch meine rechte Pobacke k 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 dann müssten wir party verlassen ich meine leute die einen chat schreiben noch mal sorry die du wohnen menschhaft tycoon geholt denkt dran die musik kann sein dass die koppel reitet ist ich habe mich schon wieder ich habe mich schon wieder überall hin oder kurz flexi mit seinem bambus wlan bekommen bambus leitung wer läuft hier rum heck heck den kannst du hacken den heck kannst du hacken alter kriegst du was machst du dann flexi läuft irgendwo glaubt er muss kacken flexi alter ist alles gute teleportiert sich ja gefühlt ja ich mich auch diesen bruder deswegen so leute weiter geht's an lockt jetzt hier und ich wir sind mit enderman verwandt deswegen teleportieren wir uns klick wlan hole ich mir erst mal jetzt hier denkt dran du kannst ja auch ein taikun holen wenn man voll die gute idee sich eine box zu holen und man da drauf rumzuschlagen der macht irgendwas komisches ich glaube der rennt rum ne mein komischer macht so komische geräusche der die 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 Oh, Eis. Hacking completed. Ey, die ist ja eingefangt am Headset. Wollte ich nicht noch was machen? Scheiße, mein Popcorn verbrennt. Er denkt sich auch nur so. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin wieder da. Du hast einfach meine Chicken Nuggets verbrennen gemacht. Mein Popcorn verbrennt. Ne, wirklich. Also es ist zwar jetzt nicht so schwarz, aber in der Mikrowelle, du weißt doch, in der Mikrowelle kann man so hier Dings machen und ich, Dummkopf, habe es natürlich auf Dauerschleife gemacht. Und weißt du, was ich das habe? Du weißt doch, wenn das sich aufpoppt, das ist noch in so einer Tüte drin und die muss man aufmachen und dann reinkippen. Die ist explodiert und das ganze Popcorn war in der Mikrowelle. Bruna, wie kannst du meistens so ein Vollidiot sein? Weiß ich nicht. Selbst die einfachsten Sachen, die checke ich nicht. Aber immerhin ist mein Popcorn noch ganz gut, außer natürlich die Tüte, die ist am Arsch. Die ist am Arsch gehörend, ne? Ich hecke jetzt so einen random Bewohner. Kann man sich hier auch Waffen kaufen? Weiß ich nicht. Frag mich was Leichteres. Immerhin ist mein Popcorn. Schmeckt das wenigstens? Also bist du dumm, ne? Das ist leicht. Du bist dumm. Was ist leicht? Die Antwort, ob du dumm bist. Also, Kevin Katze. Warte mal, Kevin Katze. Kevin Katze. Warte mal, Kevin Katze. Warte mal, Kevin Katze. Dich kenne ich doch irgendwoher. Kevin Katze. Kevin Katze. Warte mal, Kevin Katze. Was geht? Warte mal, Kevin Katze erst mal. Moin. Kevin Katze. Warte mal, Kevin Katze. Grüß dich. Ja, Kevin Katze. Ach, ne, das warst du nicht. Oder? Ne, ich weiß nicht. Ne, glaub nicht. Ah, okay. Hätte gedacht, weil beim frühen Short war auch jemand dabei mit Kevin Katze. Kann sein. Dann hätte ja sein können, dass du das warst. Da hieß Kevin Katze und dann noch irgendwelche Zahlen. Aber guck mal, wenn er Kevin Katze heißt. Nur mit einer Leertaste. Das warst du. Das war er. Das war er. Das war bei diesem SAS Video, wo ich hier ein Sussi Packer in Lego aufgebaut habe. Meist du ein Capybara oder was? Ein Sussi Packer. Oder irgendwas komisches. Ein Sussi Packer. Was ist das? Ein Amogus. Ach so. Ach so. Du bist ne blöde Schnapfe, okay? Du bist ne blöde Schnapfe, okay? Ach so. Ich mein dich, ne? Ich erinnern dich, du was ich mein Warten. Das Popcorn ist doch ungenießbar. Bruder, Hauptsache man muss irgendwas beim live fressen, alter. Ja. Cool Dampf. Oh ich hab mich versluckt. Oh, ich hab mir versluckt. Oh, ich hab mir was genommen. Eier. Ich bin jetzt Lennart. Was mein Freund jetzt sagen würde, verreckt leiser. Das ist sofort los. das sagt er immer wenn ich mich verschluckt sagt er immer der schreibt das war so was dem fies jetzt war real drauf ein klicker brauche ich nicht ein klick was reint sich auf klick guck mal gegenüber von dir nein ich muss nicht gucken ich kann auch einfach im live die macht mir nach schade sein verhalten nein mache ich nicht ich mache was anderes ich mache verreckt leiser ich mache mir jetzt ein spektreithaus hat mein haus auf meine villa aus spektreit jetzt als überhaupt einer weiß was spektreit ist ja ich weiß es das ist die teuerste währung zum beispiel in youtube app hat mir jemand dollar leihen auch ein klicker nö gar nicht brauchst du ich hecke dich jetzt so random bis hier rumläuft alter bei mir stand grad level minus eins ja jetzt bin ich level 0 jetzt bin ich level 1 also level minus 1 passt irgendwie zu dir meine kubel zu her ich habe jetzt schon ein klicker der macht mir 10 dollar die sekunde ich habe den schon lange ich habe den schon lange junge stress oder was alter geh weg 10 hp geh weg älter geh weg ich habe dich einfach gegrätscht hast du die hp wieder bekommen ein bisschen nicht ganz komm her 1 gegen 1 die darf holen kommen her halt deine die da wollen ok ist dann ist mir jetzt auch egal was ein loser wer ist denn mit ich glaube das hätte ich sogar sagen wollen claim drei hex habe ich ich habe die meisten hexen drei hexen ich habe sechs hexen die zehntel hier schweiß du hast du möchtest ich da hatte im stream gesehen dass ich zu ihm wollte trash wie vielleicht hat man auch einfach einen roten punkt sehen voll idiot nee kann man nicht ich habe nee nicht mal du ich habe das neueste wlan bambus wlan was machst du doch hier flexi kommen kurz zu mir kommt flex ich gehe zu dir ich lass mich selber spitz haben alter ich habe das gehört 3 gegen 1 die ganze kackt auch wir haben noch nicht in der um um lexier ganz dumm gelaufen mein gehörn hatte kurz kurz per trinkern die kühl musikus überlegen teiler teiler gar nicht im speckreit aus ich bin der krasseste ähm, Tyler, Tyler, Tyler Moin Tyler Na, was machst du? Tyler, 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 Tyler Get on my level Boah, mach ich kurz überlegen Kurze Popcorn überlegt, Zeit Aber verreckt bitte leiser Ja So Die Wand? Hm Was war das denn noch mal? Alter, was war das denn noch mal? Alter, lass meinen Freund in Ruhe, du, Gag Nein, ich mach dir keinen Schaden Nein! Flexi, wir machen sein Auto von Putt Er hat einen Klappen! Na, lauf um dein scheiß Leben Ha, hier kippt ihr mich niemals Hey Leute, wie fandet ihr es eigentlich, dass die Server um Ähm, 10 Uhr aufgingen und um 3 Uhr nachts Äh, on kamen Also ich hab mich schon ein bisschen verarscht gefühlt Alter, hier gucken vier Leute zu Korrekt Bin gar nicht aufgeschollen Stabil Ey, guck mal in Stream Ja, was ist Was ist mit dir? Ich, ich hecke dich gerade Geht nicht Doch, guck Da hat schon einen Bunker, du kleiner Mach sie noch ab Oh, danke für die 1000 Du Hundesohn Ich hab dir von deinem, ich hab dir von deinem Kontistrat einfach mal 1000 abgezucht Was? Feuer! Oh! 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 Woher? Woher hat der das? Woher hat der das? Scheiße! Woher? 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 Woher hat der das? Dieser Affe Jaaaah Rennn Wie kann der so? Aaaaah Aaaaah Geh weg Lass mich Iiiiih Naaah Hahaha Du Opfer Niemand kommt durch meine Base Niemand kommt durch meine Base Soooo Wie war's das? Wo ist Flexi? Da haben wir Flexi tut mir jetzt schon heute Junge Erlebt was, wenn ich Arsene habe Ähm Entschuldigen Sie mich bitte Junge Entschuldigen Sie mich bitte Ich hab da rein geballert Ich muss mal kurz vor ein Emo weglaufen Emo Kind Emo Kind Oho So und jetzt komm Jetzt quitts Ey guck mal PS4 Schnellmenü Hä wie? PS4 Schnellmenü Wohl er PS5 Schnellmenü Was meint der PS4 Schnellmenü Ich bin da Ich hab ne PS5 Junge Jetzt sind wir quitt Jetzt sind wir quitt Das einzige was du bist ist meine rechte Arschbocke Alter lass Flexi nur Ruhe Lass Flexi nur Ruhe Alter nein du sperrst den da nicht an Du sperrst Flexi Flexi lauf Flexi lauf Flexi er hat dich da eingesperrt Flexi lauf Ach komm 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 Mitkommen 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 Weißt du wirklich wer ich bin Mitkommen hab ich gesagt Du was ich nicht nur so denken Was ist das? Äh der eine hier der von Von vorhin Soll der noch mitspielen? Was? Soll der noch mitspielen? Der soll mitspielen ja Ähm So VIP Hacker Hackserver Epischer Lion Drachen Lemon Na ok Tschöne Wir hacken uns gerade beide gegenseitig Ich habe ihn öffnen Anfänger Einfach zu kleiner Erleicht Wie Gott muss ich auch geworfen Unsere Leiche geschossen habe Dank für die 1800 Dollar oh es gefällt mir halt gar ja ich hab ein fleck ist ein herz was ein opfer aber ich steins nicht äh drachenlemmon wer hat jetzt hier das schlechtere auto scheiße kaum habe ich gefahren schon schon erst mal armbot essen Es ist so schön. die leute übrigens ich will versuchen heute noch die zehn zuschauer zu knacken jetzt bist du aber meine geise danke für die früge da wo ich gesagt flexi tanzt nicht ich hab glaube ich ausdrücklich geschrien komm ich lass dich auf ehre raus ach komm ich hätte auch mal ein gewissen der eck doch mal flexi und nicht über mich nicht nur noch mein spaß zu mir extra bei menschen kurz zu fahren mercedes angeht er macht mein auto kaputt ich mache seine auto kaputt ich bin schon wieder hier drin gefahren ich lasse dich sogar raus ich hab mich gewiss von Drusting Kerber nicht gekriegt du alles Lutscher äh muss ich noch lutschen flexi zeichne mal etwas von Naruto du stehst auf Eier mhm lecker jetzt kann ich eh irgendwas springen burger in die Pommes rein flexi ist grad nicht besonders dann habe ich klop klop kann ich rein ja kannst du mach keine faxen ey Junge das was du kannst kann ich schon seit 300 Jahren das war das war du bist nicht mal 300 jahre als sich verlassen auf dem Boden wer weiß ich ich weiß nicht mal 300 Jahre alt bin es war auch nur ein Joke verstehst du keine Ironie doch verstehe ich ich meine nicht das okay ich hau wieder ab wenn du mich informierst bei er liebt schattet doch schien uns holen die Lämmens kleine Hunde Hütte die Hütte für dich eine Hunde Hütte 4 denn ich bin nicht mehr alt der schweiß auf 10 k k n die macht auch mal was bei einem Tag kommt an ihn ja auch das schlicht man sich nicht nur in der Welt anstatt dass er mal bei seinem trakund ist. Ja, ne? Ja, ne, ne? Flexi, denkst du jetzt auch nur so, halt's mal. Frisch nicht. Ähm, okay, ein Popcorn noch. Okay, jetzt bin ich voll. Flexi, ich komm dich jetzt besuchen. Hallo. Sexy, guck mal. Hol dir das hier. Spaß, Ex, alles. Okay, ich darf alles Exen. Okay, warte. Ich trinke die ganze Flasche Fanta jetzt. Okay, alles Exen. 3, 2, 1. Das ist jetzt nämlich Waffen. Dann kannst du jetzt zum Beispiel die Waffen nehmen und dann zu... So hab die ganze Flasche ausgeholt. Entschuldigung. Gesundheit. Taimo, hi. Was geht? Oh, cooler Bär. Hi, Taimo. Krass, Mann. Ja, genau. Warte mal, wie viel Liter waren das jetzt? Okay, ich hab... Das waren 1,25 Liter. 1,25 Liter. Und ich hab davon vorhin schon 25 Milliliter getrunken. Das heißt, ich hab jetzt mal schnell ein, äh, das heißt, ich... Ja, hi, Valentin. Das heißt, ich hab jetzt mal schnell und dann hab ich ja nochmal. Das heißt, ich hab... Äh, über Hacker hier so Hacker, Taikon und so. Ähm, ich hab grad einfach mal 85 Milliliter ausgetrunken. Also geexed. Mhm, so, jetzt hab ich so viel... Elevator. Ey, kann mir... Ey, Leute. Der erste, der mir übersetzen kann, was Elevator heißt, ähm, ist ein absoluter Ehrenmann. Bist du live? Ob ich live bin? Gute Frage. Was bin ich denn gerade? Da einmal darfst du raten, was ich gerade bin. Hm, was bin ich denn wohl gerade? Fahrstuhl. Fahrstuhl, hä? Warte mal. Elevator? Das heißt Fahrstuhlwende. Wenn das jetzt richtig ist, dann... Respekt an dich. Respektiv an dich. Verrechst. Ich hab ne Kamera, ich kann euch beide jetzt überwachen. Ich hab Eier und du nicht. Sag mal, ich hab... Ich hab ne Boomerang. Ich hab Ehre. Hey, der hat ne Bienen als Haustier. Bist du live? Bist du live? Ja, bin ich. Was denkst du, wo du grad drin bist? Also, ganz ehrlich. Englisch war also nicht so schwer. Der denkt, was deine Muttersprache ist also nicht so schwer. Alter, bist du... Ja, okay, wenn das so ist, dann ist das wirklich nicht so schwer. Leute, ey, Leute, sollen... Was soll ich mit hier 29.000 anfangen? Ich kauf mir einmal Boyfends. Macht so. In einem Video? Nein, wir sind hier in einem live. In einem live. Du bist live. Also, ich bin live. Oh, was gibt's denn hier? Jetzt hab ich eine Biene. Eine so eine Biene. Moin, was geht, mein Freund? Woher habt ihr den Boomerang? Kannst du bei der Autogarage? Krasses Video. Alter. Alter. Krasses Video. Bruder, merkt ihr es? Das ist ein live und kein Video, Alter. Ich krieg schon wieder hier die Krise mit euch. Wunder, Krise. Ich krieg die Krise. Ich würd am liebsten sterben. Ja, ich würd mich nicht... Okay, ja, war das... Ja, Flexi, so geile Sau. Flexi, so geiler. Ey, das Flexi-Gro, ich hab mich mythische Mieters-Drum-Gang. Kann ich, kannst du mich grüßen, ja. Ich grüße den Rausarm. Slavia, Valentina oder wie auch mal. Valentinti, weiß auch nicht gerade. Ich kann nicht sterben. Das wäre ein bisschen böse. Bitte nicht stemmen, das wäre ein bisschen blöd. Äh, das weiß ich. Was für ein Ding? Na, für mich wär's blöd. So. Boi, Slap's. Ja, Slap's. Apropos, ähm, sterben. Wusstet ihr schon, dass der... Wer ist denn alles dabei? Einmal hier Flexi und, äh, Drachenlemmen? Und der Erfundene. Der Ersteller gleichzeitig auch der Erfundene. Eine Frage. Leute, ey, Silvia hat gerade geschrieben, kannst du Deutsch? Was spreche ich denn gerade? Wie alt ich bin? Wie alt ich bin? Das sag ich nicht. Nee, 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 nee. Vergiss es mal. Und wer von euch ratet oder auch nur irgendwas sagt, zu dem komme ich heute. Und der kriegt dann... Ja, Leute, alle raten, alle raten. Wenn Lennart heute zu euch kommt, ich helf euch. Nimm die Rollenbomben. Englisch, Alter, meine Muttersprache ist Deutsch. Meine Muttersprache ist Japanisch, weißt du nicht was? Dollar, 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 Deutsch. Was für Dollar, 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 Wuh. Bubble. Was meinst du mit Dollar, 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 Wuh. Stimmt, ich wollte ja noch Lennart hacken. Stimmt, ich wollte ja auch noch extra Diamonds. Ich hab hier, ähm, Flexi gehackt. Ey, Leute. Hört auf, hört auf, hacken. Nix, alles gut. Liebe, lieb dich, du liebst mich, Alter. Ähm, wenn, wenn, wenn es mehr, wenn du ein Mädchen bist, dann, naja. Wenn du ein Junge bist, dann eine ganz kritische Sache bei dir. Junge, Spry halt noch mehr. Denk an den Eis. Los. Komm, komm, los, los, los. Oh, ja. Yo, er ist, er ist, er ist der Beste. Er Spry ist ein Ohr-Großvater. Mythe Chemie, das Drumgarn. Lass mich doch mal in Ruhe. Rufberingverdiener. Und du mal, hast du keine Hobbys? Hihi, ich hab wirklich genau. Mach ich mal nett. Totenkopf. Ja, auf dich. I'm dead. Besser so. So, Drachenlemmon, wir sind jetzt Biskuid. Wie viel Hacker kann ich hier noch kaufen, Alter? E-Mann, aber... Hi. Darfst du mitspielen? Ähm, grad in, grad nicht, leider. Ja, oder nein? Nein, grad nicht. Wie heißt du? Wie heißt du? Du dir doch nix! P.O.V. Lex, meine Hobbys sind Fortnite und Fortnite. Meine Frau ist Fortnite und Fortnite. Haha. Ich wollte jetzt. Nix machst du. Oh nein. Schnell im Bunker. Da, wo du hingehörst. Haha. Dann chill ich halt hier jetzt ein bisschen. Ich baue diesen Loch ab. Kannst du mal liken? Geht grad nicht. Hab ich noch ein Spülung. Mach auf, du Eierhaarst. Äh, nee, will ich nicht. Hey, warte mal, Dalu. Wie alt bist du eigentlich? Hm, hab ich nicht gesagt, dass wenn jemand anfängt zu raten, dass ich heute Abend zu ihm komme und ihm eine Schelle gibt? Hm. Hey, Trachtlemmen, dadurch, dass ich jetzt hier und schule. Unser Tisch hocken im Unterricht und fortnete Zockengesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Ey, Flachlemmen, da du da oben bist und ich hier unten. Kannst du nichts dagegen machen, wenn ich dich jetzt hecke? Neun. Ganz ehrlich, geh aus meinem Keller, Alter. Raus aus meinem Keller! Nein. Du oller Teller! Dann gibt's keine Schelle. Ich bin schon weg! Ja! Was heißt Lex? Ja! Es heißt Lex? jackson pro sein name ist totenkopf der name ist hundesohn sammer heißt so lex der tiere ja rein des jahres ich habe alle hacker gekauft alle sechs nicht alle sechs leute habt ihr das gerade gesehen habt ihr das gerade gesehen was das war nein amal der leute von nichts im keller ich muss immer die videos auf Kettbewerb ich bin von lexen keller auch sagt noch mal mein Name er ist ziel 4 wahl Lenni Loll nach China hat er nicht aus den Kettbewerb ich passt hier drachenlemon guck mal in den guck mal in den lex der flage flex guck mein chat guck mein live habe ich schon gesehen lex der lage flex ja richtig endlich meine nicht deutsche sprache habe ich endlich überwunden der die lage flex deutsche grammatik und deutsche grammatik nächster die lage jacks ich nicht mhm was geht ab was geht ab jacks dich nicht oh hast du Angst da ein epischer läx schmack nach flex neuner ich muss endlich muss ne wand bauen damit er nicht mehr hier durch damit er hier nicht mehr wohl hoch kommt dafür nicht mehr hochkommen wie also ich darfst du darfst zu mir runter wo rein habe ich hier unten alles fertig also ich kann nicht italienisch ich werde von meinen eigenen zuschauungen zuschauen gibt es jetzt habe ich zwei Köln leckten nex der Telex die Sorge und 6 die Stärken was so richtig die Stürmer okay gut 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 nicht gut dass du nur ein schlägt der duplex klemens klein schreibt ich kann alter gegen das kratten vogel geflogen kohle walter also also bist du gegen alter ist der scheiße der liegt auf meiner fensterbank geht es ihm gut auf dem geht gut der fliegt gerade weg schau du vögelein hoffe du kommst nie wieder allein dafür müsste man die eigentlich jetzt versteckt er sich da unten runter pro hat ein freund adhs meine armen kopfhörer jetzt wirst du von dem gebobbt kann ich mal viel verspielen mal gucken ich habe es nicht mal ich weiß auch nicht warum also ich weiß der kontrol auf liegt habe lief sein h die logik wir müssen die vierte wand bauen dann kommt drachen dann kommt allerdings nicht mehr hoch dann sind wir endlich befreit von seinem ego ja auf fluch lol 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 kannst du battle royale wir wollten den tycoon fertig machen also mir wäre es egal wenn auch ein tycoon fertig danach oder was mal gucken jetzt noch mal kurz was saufen beim nächsten stream mal gucken was ich da machen kann ich habe nicht nur fort mit ich habe auch lego city undercover habe ich sogar gestern gezockt Prozent und auch gelegt ich könnte vorgleich mehr runterladen mach ich nicht ruf 1 2 1 2 warte es gibt es auch die sie sind was nicht schnell genug in den in den joh so witzig hilfe 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 jungen wie random auf einmal flexi hier drin war oder und ich hab dir nicht mehr spiel jetzt battle royale wir wollen den trikon hier fertig machen als maul wir spielen jetzt ja nach dem taikon nach dem taikon ich habe noch nie diesen taikon fertig gemacht deswegen lass mich doch mal ich will dich nur besuchen kann ich mir zusammen können wir zusammen ich hasse kannst du notruf 112 spielen und das auch schon auch mal stream mal gucken muss ich mir kaufen ich habe das nicht ich habe nur truf nicht ich weiß es nicht ja hab ich kann es doch nur truf hamburg mass stream nur truf hamburg leute hättet ihr bocken was ist schwarz und rot weil sie nicht bitte seid ehrlich habt ihr bock auf roblox notruf hamburg ist auch ein geiles spiel ein zebra mit sonnenbrand die anderen haben gesagt nee ja ich weiß ein zebra mit sonnenbrand warum so sieht so aus als müsste ich flexi wieder beschützen das ist ein cooles us-r-spiel und so wollte es flexi schaden sollte nur auf die union gucken was er macht noch so ja das wusste ich nicht so lollipop 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 ich bin ein lollipop du musst am pickling man auf vielen städter käse wir spielen da die meisten im dc sind bette royale feuer feuer es brennt hoch ruf die feuerwehr ruf mit selber an er macht alles war ja noch schlimmer ja bitte ruft mich an damit ich noch mehr feuer legen kann freundlich feuer legen digga der heck ist doch schon wieder ne ich sammle ein ich habe den kleinen tresor aufgemacht berliner feuerwehr wo ist denn nun verarmt man sagt hier schütten mit spielen die ich manchmal nicht mal kennen so richtig und ich will einfach nur fort mit wauw oh geh weg alles knapp ich muss mal bisschen hacken Ich geh auf PC. Hack. Loading. Oh oh. Stinky. Oh oh. Stinky. Pinky. Oh oh. Stinky. Und nochmal. PC Upgrade. So, jetzt muss der Fernseher. Das sieht doch schon etwas besser aus. Der Tisch kann auch ein bisschen besser. Ja, das sieht auch geil aus. Bruder, 5000 für den Fernseher. Hey Bruder, das sieht genau aus wie mein Bildschirm, den ich gerade hab. Es ist genau gefühlt mein Bildschirm. Hä? Wer hat gefragt? Außer you face. Was kann ich mir noch leisten? Den Tisch? Gar nichts. Außer broke sein kannst du dir nichts tun. Oh, das sieht schon mal geil aus. Mal gucken, kann ich jetzt schneller hacken oder so? Na ja, kann man sich da immer überlegen, schneller? Ne, wird euch nicht sagen, das ist unbedingt dich nicht so oft killen. Schau und lass dich nicht so oft killen. Okay. Wahrscheinlich finden das alle langweilig, dass wir kein Bälle-Royal spielen. Ja. Scheiße, ey. Sack, das ist so ein Bälle-Royal. Mann. Nur noch drei Zuschauer. Scheiße. Egal, die drei Zuschauer sind immer ein Treu. Was ist denn? Schau mit O, dann. Hm. Oh, Leute, so wird im Juli, dann kann ich jedes Game für euch zocken und live gehen, wann ich will. So wird mein Gaming-PC im Juli aussehen, wenn ich den zum Geburtstag kriege. Oh mein Gott, der wird genau so aussehen mit einer Grafikkarte. Ich werde Minecraft mit der geilsten Grafik für euch machen. Ach so. Alter, verp... Ich glaube, es gibt noch Schläge. Ja, für dich, ne? Ich komme heute noch zu dir. Was ist das? Ich glaube, das Teil hat dann keine Textur. Äh. Silenzio-Gru... Alter, ich schwöre jetzt... Ver... Tööö. Aua. Aua. Wo hat der die Waffe jetzt her, Leute? Ey, Leute, sagt mir mal, woher hat der die Waffe jetzt? Leute! Ach, der hat die aus dem Tresor. Der hat die aus dem Tresor. Hab ich mir aus dem Arsch gezogen. Glaube ich dir sogar. Warte, was? Jo, was ist das für ein großer Tisch? Meiner ist größer, der Ding, äh, nix so. Hm. Der Computer macht komische Stöhngeräusche. Lass mich doch mal... Ich fahre mir zu den Spectroid Tresor. Okay. Okay. So, Hacken... Extradiers. Okay. ich habe kurz eine nachricht gelesen die da schon die ganze zeit war ich voll idiot 5 zuschauer wieder stark mann hier fünf mit mir sind ich habe jetzt vertreibt resort richtig krasse dinge drin so anspray es sind eigentlich mit flexi da ist dann auch von noch so ein ding ich gehe jetzt flexi besuchen ich komme und geht gerade am rumhecken muss ich dabei habe pass auf drachenlemmon wird wütend beide schlecht zwei gegen ein die verteidigung ist ja auch ja warte flexi ich lasse dich rein los glücklich schnell wir verbarrikadieren uns schnell komm 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 gehen keller los glücklich schnell wenn ich ein von euch noch einmal besuchen gehe ihr tötet mich schon auf gott auf gott war ich ich gehe in ultra im sink die sie kommen wir gehen glaube ich mal lieber im bunker ach nee du willst du willst raus warte du ehrenloser bin ich bin ausgerutscht scheiße muss namen mussten nachlaufen alter wo hat er die sniper ja leute was was welchen trusser mit zweit hier oder hat schon spektreit ich glaube ich sollte mich jetzt auch mal die bahn die dinge ja glaube ich auch so ich habe so viel geld und nicht mal alle server gekauft ich habe schon alle oder mache ich mal gleich kurz meine geheimen mission erst mal flexibel suchen und die nix tun alles gut hat sich aber trotzdem mit einer epischen maschinenpistole besiegt ja peinlich ein bisschen exotisch gegen episch merkst du was was war ich bin auch mal demnächst hier wo die live hätten sagen ich schon stream eine bock drauf hast hobby live ja also ich habe kein ps plus hast habe ich nicht wenn ich nicht brauche ich aber er ist wirklich gefühlt eine arme kirchenmaus er sagt immer er hat kein geld er darf und auf einmal hat er aus dem nichts mit bloß hier oben zu haben ja golden tresor heute gehen wir doch schon immer zeit bei flexi wie geht's alter lass flexi nur ich will nur gucken was er da am pc macht ich bin nur seine pc-statue 10.000 jahre flexi kommt du hast dass das hast du nicht gemacht dass hast du nicht gemacht das hast du nicht gemacht das hat er nicht gemacht Hallo, Drachenlemmen? Alles gut? Jo. Warum? Wer hat sich denn da gerade so angeschrien? Der Mound Chilliard sagt doch gleich der Mond oder Mord Chilliard, Aldo. Und weiter geht das Farmen. Ich will mal lieber Farmen. Ich will besser für dich. Ja. Und weiter geht das Farmen. Ich brauche zwar keine Diamanten, aber ich will trotzdem ganz viele Dias. Für den Flex. Und was? Wann kann man die dem GAMIC-Einn den Schlussplanung herstellen? Boah. 4.000 bekommen. Ey, wie kann... Ey, eine Frage. Ja. Wie kann man sein PC-Setup noch krasser machen? Man muss einfach draufgehen und unterhecksteht. So, du bist jetzt nicht mehr der Einzige, der ein Spectre-Dings aufgemacht hat. Meine Lieber. Du bist jetzt nicht mehr der Einzige. Äh? Nö 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 nö? Nee nö 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 nein nö 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 nö. Nee nö 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 nö. Nö 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 nö. ," SCHOE ön Inteljacke",恩 den ich jetzt habe. Lass mich in Ruhe. Okay, ich wollte eigentlich nicht mal zu dir. Pútzer Bildschirm. Lass mich in Ruhe. Das fand ich. ich bin hier schon draußen besser so darf er so ich darf mehr als du auf jeden fall habe ich alles bei meinem pc neben dem bildschirm habe ich noch nicht ich muss mich ich muss mich an den bildschirm machen was macht er denn da ja warte ich hole mir noch kurz den geist das dann für ein bisschen was das sind schon lange ich habe alles auf max ja warte ich komme gleich wie lange dauert das jetzt ich habe alles dass das wlan und jetzt alles auf holt und alles ja ich komme ja chill ach so du willst da drin parken wenn du da drin packen willst dann steigt mal aus und machen tanz ja ich mache dir einfach die luke auf ich mache dir einfach die luke auf warte okay reicht ich kann aus irgendeinem komischen grund meistens beim pc upgraden nicht einfach auf den x drücken da hey komm runter komm hier kann hier meine mythischen waffen kommt hier und das gehen den spektraten kommt können hier können hier können die das ganze zeug können los hallo geht doch durch kannst du kannst alles nehmen ja richtige entscheidung herr kann ich glaube man jetzt am eigenen pc hätten kann schnell ich habe alles ich kann nicht mehr vom hecken weg herr kann ich auch und wir können dich auch nicht mehr treffen ich bin treffen können wir den bau nehmen alle ah dort ihn auch lecker ich mag mein schluss warte war in der schluss war zwei idiotenfleisten kann man nicht ich bin der reisenspieler mit 77.000 jungen da steht drachen oder guck mal ich habe ich habe genau 54.779 geld und das und genau diese zahl steht bei dir das ist ein bug ich guck mal das ist ein bug ich habe die ganze zeit null die ganze zeit die 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 open job money take inside ich würde gehen was you world is empty warte oder keiner kann meinen kleinen tresor rauben und mein geld da rausholen ich mache jetzt ein ganz großes sparkonto auf und stecke da jetzt ganz viel geld rein sobald ich hier oben alles habe lecker pins ich friss kurz ich ich d wie lang geht das team schon zwei stunden 24 und geht es noch mal auf 23 uhr oder 22 uhr das mal 23 ja leute bis 23 ich helfe dir mein bester freund was will er jetzt machen du hast doch die zwei pels her warum hast das rote pad nicht genommen geht nicht musste auch interagieren also ich habe also ich habe das dann steht was machst du dann was steht denn da macht das sind diese ganzen dinge ich habe ein komplettes überwachen system gerade gekauft rainbow überwachungssystem was ist das bringt mir wirklich gar nix ich stell dich mal vor dein tycoon ich soll ich mich auch vor meinten kunstern was hast du ihm da jetzt hingeworfen die macht der tycoon voll bock die haben ein spiel schon wieder hängen geblieben händler 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 schon so ein riesen aquarium der pool müsste aber günstig sein aber ich glaube nicht weil im sommer gehen ja viele leute im pool ich glaube der wird am teuersten war der so her wie der ist sogar am günstigsten so weil er so klein ist ja okay dann mache ich mich als erstes an die pool der hat der der bei dir im hintergrund geredet hat mit dir geredet die spielzeit spielzeit kurz gestreckt und spielzeit oder was wollen ich warte ich gehe dann im spielzeit hallo also als der gerade redet auf jeden fall höre ich mich Ich Also, ich... hallo das machst du mein ich wollte es nicht ausprobieren nicht mir schweiß egal ich lauf jetzt zu viel löser glücklich alter wiki kriegst du eh nicht aber ich habe jetzt oben die körper alle gekauft ich habe ein spektreit ding wenn man das schlägt man 60 dollar das habe ich schon lang stimmt nicht so du hast es geholt habe ich nicht gesehen nö ich hab mir nicht hier ist jetzt bro flexi der kommt einfach nicht hinterher er ist jetzt erst bei der zweiten etage was die zeit an was die drei leute ich glaube zu meinem frank schon ich lese ein bisschen kurz da wo du hörst im schrank was soll ich denn lesen na ich lese mal naruto naruto ist egal aus drehen wollen ist es auch und und st Ich muss das auch sein. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Ich schaue das mal an, ich schaue das mal an. aber ich bin der einzige noch im chat perfekt was ich bin der einzige der hier noch ein zettel ist perfekt lexikon zu dir so erst mal gemacht so Das war's für heute. Ich bin gottlos LP. So, hab fertig gelesen. Ein paar Seiten. Das kommt jetzt wieder ins Schrank. So. Wo geht's denn weiter? Jo, ich hab 180.000 Geld. Da, Eddie. Damit kann ich mir jetzt erstmal richtig viel gönnen, Alter. G steht für gönnen. N steht für ne... Ich fahre jetzt erstmal in der Nachbarschaft rum. Ohne euch. Hab ich jetzt was gekauft? Ich glaube, ich hab alles gekauft, was es gibt. Das hab ich gekauft. Das hab ich gekauft. Hast du schon den Chopper? Hier hab ich alles. Ja, den Chopper hab ich auch schon full. Ohne hier, Boycatchery hab ich noch nicht. Ein Katzenbaum? Jo, eine Katze! Zeit mal. Guck mal, man muss mit der Sniper in die Lücke des Kartons erzielen. Jo! Nein, die Sniper sind jetzt nicht. Kein Bock. Geringverdiener. Obwohl du mich so gemacht hast, verkackst du trotzdem. Ich hätte die anderen Pumpte im Song. Ich habe so ein Verhalten. Aua. Woher kam der jetzt? Dieser Hundesohn. Äh, sauer. Lass mich in den Ruh fahren. Und ich hab hier noch Geld. Jo, einen Kratzbaum hab ich auch. Katze. Oh, Boycatchery? Was heißt das? Jo, es gibt einen dritten Flur. Ja, klar. Was geht da drüben? Jo, Boycatchery. Ach nee, es gibt keinen dritten. Ja, doch, es gibt einen dritten Flur. Aber den kann man nur... Boycatchery. Ein Radar für 50.000. Oh, Boycatchery. Was passiert, wenn ich mir das Radar für 50.000 hole? Hast du Geld verständigt? Das wird dieses Propp Kapsel zwar. Hä, was bringt mir das? Also ich finde auch was. Kap-Pu-Selz. Kap-Pu-Selz heißt es nicht Kapsel. 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 Wengbo. Hä, was bringt das? Soll das jetzt irgendwo hinleuchten? Soll es mir Angst machen? Soll es mich... Soll es mich... Äh. Der Flexi ist immer noch bei, ähm... Beim ersten Flur. Ruh. Ruh. Set. Flexi ist irgendwie auf K. Flexi ist ja K. Geh weg von mir. Ja, okay, chill, ich geh weg. Ach, Digger! Ich wollte gerade weg. Zu spät, mein Freund. Schnu-Schu. Lass mich jetzt weiter fahren. Bro, was hab ich euch die ganze Zeit getan? Müll bist du. Komm, richtiges 1 gegen 1 auf meinem anderen Account. Und los, komm, 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 komm. Was für easy. Ich setze mal, als wir 1 gegen 1 gemacht haben, da war... Da konnte ich noch nicht mal reden. Deswegen. Oh. Weil du nie, weil du nie 1 gegen 1 spielst. Deswegen will ich auch 1 gegen 1 kapieren. Nee. Ups. Na, hör mal! Verliebt! Och, Digger! Riespawn. Tja, da hat wohl lieber keiner ein Freekill bekommen. Digger, warum muss... Warum kann man keine Double Pump machen? Also schlecht ist... Immer dann, wenn ich schieße, muss ich nachladen. Und genau dann, wenn der mal kraniert Dings war. Das ist Karma nennt man sowas. Ich glaube, ich schnappe mir jetzt mal auch die Waffe, die du da hast. Die scheint ja ganz gut zu sein. Das muss man auch nachmachen und ne Pussy sein. So, mal gucken, wie gut die sowas funktioniert. Ja, Digger, du bist so schlecht, du machst nach. Mach's gut. Digger, er macht nach. Schade sein Verhalten. Guck mal, wie der sich da jetzt noch verkämpft. Du bist einfach schlecht. Ich will kämpfen. Ich lasse mich jetzt mal ruhig zu hacken. Und mein Pussy. Oh, dieses Sounds immer, ne? Wenn man einfach so hackt. Wenn man hackt, einfach so. Ihr seid meine Untertanen. Du bist mein Untertan. Nein, nein, nein. Ganz falsch. Du bist meine. Ganz falsch. Du bist meine rechte Arschbacke. Ähm. Weiß nicht, ob das so gut klingt. Hm, ich glaube, das ist sehr schlecht. Gaaaaaam. Gesundheit. Geh weg von mir. Ich würde sagen, ich lenne es hier mal. Ich würde sagen, ich lenne es hier mal. helikopter doch bei helikopter fliegen kommen ich habe keinen platz kann ich jetzt auch mal mein pet ausfüsten bitte nein noch 55.000 villa haus da 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 ich habe meine waffe vorher nach landen müssen das mal schon da kann nie hat es ist etwas zu speichern für mich die schon so lang gewinnt ja ich hab weniger leben als die vorhin gehabt und ich wollte es immer noch ich bin ja auch gerade auf dem maus und tastatur und jetzt lass mich nee ich muss Geld haben ich lass mich doch auch gerade unruhig und grünlich gekippt Fenix diese scheiß Schrift von dir warum musst du überhaupt so einen langen Namen haben wer du wieso ich weil wegen dir hat dein N hat mein R ja Digga ich hatte auch weniger Leben immer die ganze Zeit als du jetzt hör zu dass du Land gewinnt zum Schmalstuhl ne ich schwöre die ich kann Karate ja ich kann ja ich kann äh Zeus Blitz wow ich kann gut rein sind gehen tausendfacher Super Saiyajin Infinity Saiyajin äh Infinity Saiyajin bla 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 alle alle ich war mir bei dir ich muss hier raus ja dann geh raus bin ich doch chill ist jetzt beigetreten alter es ist doch einfach nur zum Mäuseficken safe der ist beigetreten weil er keine weil seine anderen Freunde aufgegangen sind ja safe ich lade ihn ein ach er hat wieder verlassen ach Digga äh und was ist mit Flexi Flexi ist auch gar nicht mehr da ja das ist auch nicht mehr im live er war vor zwei Sekunden online und man will hier live beenden weiß ich noch nicht doch was fressen das kannst du gut nicht Lass mich kratten dein Hobbies fressen so aber ich werde irgendwie nicht die Klacht alle 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 was machst du da keine Ahnung ich mach das was du machst und zwar im Pool gehen oh ich hab im Pool gepinkelt das Assert da nicht die du du Es ist sehr schön. das ist ja keiner mehr drin eigentlich dann lass dann was gleich wenn ich helikopter abwänden es war der helikopter ich bin noch zuge und vorüber ich muss mal landen bei dir ich soll nicht so schließt du eigentlich wir haben okay ich bin glaube ich ja okay Leute das war's auch schon mit diesem live stream ich hoffe er hat euch gefallen äh lasst gern ein Like und ein Abo da, vergesst nicht die Glocke zu abgebühren um keine weiteren Videos oder Streams mehr zu verpassen und wir sagen jetzt Ciao mit Au Tschö Tschö